Die Baustelle an der Grundschule Wadenburg ist nicht zu übersehen. Hier entsteht eine komplett neue Schwimmhalle, wo die Grundschulkinder in Zukunft lernen, sich sicher im Wasser zu bewegen. Im Februar begann der Bau, mit dem Architekt Christian Bär aus Bad Zwischenahnen beauftragt wurde. Er hat sich auf den Bau von Schwimmbädern spezialisiert. Neu wird der verstellbare Boden sein. Die Wassertiefe ist von 0 bis 1,8 Meter in 30 Zentimeter Schritten variabel einstellbar, erklärt Bär. Dadurch ergeben sich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Genutzt wird das Schwimmbad vormittags von Grundschulkindern und nachmittags von Reha-Sportgruppen. Insgesamt wurde mit 1,95 Millionen Euro Kosten kalkuliert.